Diese Spuren beweisen klar, bei Oskar ist eine Schraube locker. Dann müssen wir über die Dächer. Sie kennen uns nicht und haben uns nie gesehen. Wenn Sie petzen, mache ich Sie kalt. Alles klar. Die Operationsschwester und der Betäubungsmechaniker nicken. Okay, ich befehle Motor an und Puff! Platz, das Sauerstoff zählt. Egal. Der Patient hat, das sage ich lieber nicht, Arztgeheimnis. Ein neues Trimmvergnügen für Ihre Lachmuskeln kommt jetzt in unsere Kinos. Bei Oskar ist eine Schraube locker. Louis de Funès als Geldschrankknacker, Herzensbrecher, Lebemann, Kunstfreund und sanfter Irrer. Immer wenn ich operiert habe, dann brenne ich durch. Dann bin ich sexuell. Du hast so kalt aufgehalten, du Idiot! Das Geld hat Feuer gefangen! Hallo! Hallo! Hallo Feuerwehr! Großalarm! Hier ist ein Riesenfeuerwerk! Die Kasse ist durchgebrannt! Das Seef steht in Flammen! Die Kasse ist für eine Schraube. Das ist für ein Riesenfeuerwerk! Die Kasse ist für ein Riesenfeuerwerk! Das ist für ein Riesenfeuerwerk! Das ist für ein Riesenfeuerwerk! Kostop, Kotzl, pack die Verwächer! Bravo, bravo! Rette die Moneten! Rette die Monete! 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 Was soll denn das? Ich erklär's dir gleich, Süß! Sie werden sich todlachen! Denn bei Oskar ist ne Schraube locker!